Das Besondere an Stahl ist, dass er ein sehr vielfältiger Werkstoff ist. Stahl hat nur nicht eine bestimmte Eigenschaft, sondern man kann Stahl durch Wärmebehandlungen, das heißt einfach in den Ofen geben, verschiedene Eigenschaften einstellen. Das ist, was Stahl so interessant macht. Er ist so vielfältig in der Eigenschaft und in der Anwendung auch. Einer unserer wesentlichen Zielsetzungen ist es, tief in das Material zu blicken und das Material zu verstehen. Wo sitzen die Atome? Wie sind die Atome angeordnet? Und welche Atome gruppieren sich zu welchen Atomen? Durch dieses Verständnis des atomaren Aufbaus kann man dann die Eigenschaft von Stahl erklären. Und wenn man die Eigenschaft erklären kann, kann man dann vielleicht im Endeffekt auch den atomaren Aufbau beeinflussen und dadurch ergeben sich dann neue Eigenschaften und neue Anwendungen. Zum Beispiel in der Kraftwerkstechnik ist es sehr bedeutend, die Betriebstemperaturen zu erhöhen, weil wenn ich die Betriebstemperaturen von Kraftwerken erhöhe, dann kann ich dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielen und dadurch weniger CO2-Emissionen generieren. Das ist ein sehr wichtiges Thema auch für die Zukunft, wie man immer wieder beinahe alltäglich in den Medien liest. Wenn man zum Beispiel in das Automobil schaut, jedes normale Auto, mit dem man heute fährt, ist nicht derselbe Stahl drinnen, wie er vor 15, 20 Jahren drin war. Die Stähle entwickeln sich da ständig weiter, die Crash-Elemente werden besser, die Fahrzeugzählen, die B-Säule, die A-Säule, die werden alle höher fester und alle immer beständiger und fördern somit auch die Sicherheit von den Personen im Auto. Weil er einfach mit 1,6 Milliarden produzierten Jahrestonnen, also eine riesige Menge, der immer noch wichtigste Konstruktionswerkstoff ist. Es ist einfach die Menge und die Industrie, die dahinter steht. Die gibt es nicht so schnell in der Menge auf einem anderen Material. Und ich finde, das macht es so spannend und herausfordernd auch. ... ...